Kapitel 2 Schokolade und Schröder Frau Kosinger geht, Dr. Grosser kommt. Und nun habe ich auch schlechte Laune. Vermutlich verursacht durch Frau Kosingers penetrantes Herumgestochere in meinen heiligen und vor allen Dingen geheimen Wunden des Lebens. Mein Nachbar und ich stehen in meiner Küche, nippen an unserem Espresso und schweigen vorübergehend. Offensichtlich hegen wir beide die Befürchtung, unser gutes nachbarschaftliches Verhältnis durch eine Kommunikation unter dem Einfluss von schlechter Laune und verbalem PKRS zu gefährden. Nach dem zweiten Espresso sagt Dr. Grosser dann doch etwas. Das Koffein hat ihn mutig gemacht. Vorhin waren sie aber besser drauf. Vorhin war vorhin. Jetzt ist jetzt, antworte ich kryptisch und öffne schwungvoll die Schublade neben der Spüle. Hier lagere ich meine kostbaren Schokoladenprodukte der Firma Sprüngli, über die Schweizer Grenze geschmuggelt, von meiner Freundin Kerstin. Normalerweise ist die Schublade gut gefüllt. Kerstin schmuggelt gern, wenn sie nicht gerade die Socken ihres Mannes bügelt oder Gerichte kocht, deren Namen mich nicht aussprechen kann und deren Zutatenliste beängstigend klingt. Jetzt aber ist die Schublade leer. Entsetzt hebe ich den Blick. Dr. Grosser wird rot und ich kneife die Augen zusammen. Teure Schokolade wird nicht so schnell aufgegessen, wenn man sie in Essig einlegt, mummelt er verlegen und blinzelt mich hinter seiner Brille an. Sie haben sich doch nicht etwa an meiner importierten Schokolade vergangen, frage ich schneidend und er versucht sich an einem vorsichtigen Lächeln. Es war dringend, beteuert er, als ich nicht zurücklächle. Aber Sie müssen mich doch wenigstens vorher fragen, antworte ich entrüstet. Niemals würden wir uns doch gegenseitig Nahrungsmittel aus der Küche klauen. Sie waren mit dem Rückenspeck dieser dicken Frau beschäftigt, da wollte ich nicht stören. Offensichtlich hatten sie gerade etwas gefunden. Es klang zumindest sehr erfolgreich, was sie dort taten. Seine Stimme wird leiser. Das ist heute ein echter Scheißtag, sage ich düster und knalle die Schublade mit voller Kraft wieder zu. Zustimmend nickt Dr. Grosser und gemeinsam schweigen wir noch einen weiteren Espresso lang. Dann verzieht er sich wieder in seine Praxis zu der bereits im Wartezimmer sitzenden Angsterkrankung und lässt mich allein mit meinem eklatanten Mangel an Schokolade, diesem Kneifen in der Herz- und Magengegend und meiner schlechten Laune. Wenigstens eines dieser Probleme ließe sich durch einen schnellen Sprint eine Etage höher beheben. Unser neuer Nachbar Schröder hat immer Schokolade. Entgegen dem Grundsatz seines netten Vormieters Thomas, der vor fünf Monaten ausgezogen ist und Zucker für den Verderb dieser Welt hielt, hat Schröder offensichtlich eine echte Schwäche für alles, was aus Fett und Zucker besteht. Genau wie ich. Schröder hat auch einen Vornamen, der vermutlich nicht Schröder lautet. Leider hüllt er sich diesbezüglich in Schweigen. Und so nennen wir ihn schlicht Schröder, wie es auf seinem Klingelschild steht. Schröder macht was mit Computern, womit er leider ein Nerd ist. Ein geheimnisvoller Nerd, denn niemand von uns weiß genau, was er mit den Computern tut. Und Schröder hüllt sich auch diesbezüglich durchgehend in Schweigen. Uns bleiben also nur Spekulationen. Dr. Grosser vermutet eine schwere frühkindliche Traumatisierung, die es Schröder unmöglich macht, eine erwachsene Identität anzunehmen. Margarete, unsere liebe Sachbuchautorin, die ebenfalls im Obergeschoss residiert, glaubt, Schröder sei ein FBI-Agent, der subtil und heimlich die Souveränität der Bundesrepublik unterwandern will. Da sie aber schon häufig mit dem Finanzamt Ärger hatte, nimmt sie ihm das nicht übel. Und ich glaube, dass Schröder ein wortkarger, oft unfreundlicher Nerd ist, der versucht, sich durch äußerliche Ansehnlichkeit zu tarnen. Schließlich möchte niemand freiwillig ein Nerd sein, geschweige denn sofort als solcher erkannt werden. Und Mutter Natur hat ihm diesbezüglich hilfreich unter die Arme gegriffen. Er ist sehr groß, hat keine richtige Frisur, sondern dunkles, volles Haar, das auf seinem Kopf macht, was es will, was aber meistens unter einer klassischen Nerd-Strickmütze verborgen bleibt. Dazu hat er irritierend blaue Augen. Und ich bin ganz froh, dass er nicht in mein persönliches Beuteschema passt. Was daran liegt, dass ich zur Zeit keinen Mann gebrauchen kann. Ich bin also immun gegen ihn. Aber grundsätzlich schadet gutes Aussehen bei Männern ja schon mal nicht. Und Muffeligkeit hin oder her, Schröder gibt mir aus seinem auffällig großen Schokoladenlager immer etwas ab, was mich in die Lage versetzt, über seine schroffen Umgangsformen hinwegzusehen. Ich klingle zwar an seiner Tür, drücke aber nach nur einer Sekunde des Wartens die Klinke hinunter. Schröder schließt nie ab. Er kommt mir auf dem kleinen Flur seiner Wohnung mit einer Tasse in der Hand entgegen und mustert mich einen Moment lang, während ich seinen komischen Kapuzenpulli mit den zwei kopulierenden gelben Hasen darauf anstarre. Dann fragt er knapp. Was? Ich brauche Schokolade, setze ich ihn ebenso knapp von meiner Notsituation in Kenntnis. Okay, antwortet er gedehnt und dreht sich auf dem Absatz um. Ich folge ihm wortlos in sein Arbeitszimmer, wo auf zwei Schreibtischen insgesamt sechs Computerbildschirme stehen. Das allein finde ich schon sehr suspekt. Aber Schröder besitzt auch insgesamt vier Handys, die fröhlich verteilt in dem großen Raum herumliegen. Der Rest seiner Wohnung, und das muss wirklich mit Nachdruck erwähnt werden, sieht allerdings nicht nerdmäßig aus. Es gibt also keine offenen Pizzakartons, die schon alleine den Müll laufen könnten, Tonnen von sonderbaren US-Serien, Star Trek-Poster an den Wänden und alte Socken über den Lampen. Alles wirkt recht manierlich, trotz seiner Zugehörigkeit zu dieser Randgruppe der Gesellschaft. Kommentarlos öffnet er eine Schublade des riesigen Einbauschranks am Ende des Raums. Und ebenfalls ohne ein weiteres Wort zu verlieren, schnappe ich mir eine ganze Tafel Vollmilchschokolade. Grüßend hebe ich dann eine Hand und mache mich wieder auf den Weg in meine Praxis. Schröder und ich verstehen uns meistens wortlos. Und obwohl ich doch gute Kommunikation sehr mag, ist das in diesem Fall ein seltsam angenehmer Zustand. Nach 100 Gramm Fett und Zucker befasse ich mich sehr inbrünstig mit Herrn Meier und seinen Rückenschmerzen. Die Schokolade hat mir offensichtlich gut getan und mit jedem festen Griff, den ich meinem Patienten angedeihen lasse, geht es mir ein wenig besser. Herr Meier sieht das allerdings anders und fleht bereits nach drei Minuten um Gnade, die ich natürlich nicht gewähren kann. Schließlich will er seine Rückenschmerzen loswerden. Manchmal mag ich meinen anpackenden Job. Würde ich nur Papier von links nach rechts bewegen, wäre ich ein echter Kandidat für eine Gewalttat in der Teeküche oder müsste in meiner Freizeit noch irgendeine brutale Sportart wie Kickboxen ausüben. Herr Meier geht mit etwas Sauertöpfischer Miene und mein Telefon klingelt. Thea Fuß melde ich mich und spüre immer noch die Reste der Übellaunigkeit in mir. Ich brauche wohl dringend noch eine Bandscheibe, einen Tennis-Ellbogen oder einen verspannten Nacken, um mich wirklich gut zu fühlen. Dr. Ravensbach, murmelt der Mensch, der mich angerufen hat, in mein Ohr. Ich möchte jetzt einen Termin. Wie jetzt? Ich ziehe meinen Terminkalender zu mir heran und betrachte die eng beschriebenen Seiten. Jetzt geht es leider nicht, antworte ich und bin geneigt, diese dreiste Forderung fast witzig zu finden. Was glaubt der Mensch, dass ich nur auf ihn warte? Dann morgen um halb acht. Er murmelt immer noch und klingt, als ob es für ihn nahezu ausgeschlossen ist, dass ich keine Zeit für ihn haben könnte. Und murmeln tut er vermutlich, weil er davon ausgeht, dass ihm die Menschen intensiver zuhören, wenn er leise spricht. Schätzungsweise mittleres Management. Die lernen das in speziellen Seminaren. Ich habe einige Patienten, die dieser sehr speziellen Spezies angehören. Ich kenne mich damit also aus. Ich gebe ein kurzes Mhm von mir, um dem Murmler zu verstehen zu geben, dass ich seinen Ansinnen begreife und blättere noch einmal durch den Kalender. Es ist ja nicht so, dass ich nicht will. Schließlich behandle ich regelmäßig Mitglieder des mittleren Managements. Ich bin da recht furchtlos. Ich habe nur schlicht keinen Termin frei. Ausgebucht, nennt sich das in Fachkreisen. Kein Termin frei, sage ich deswegen trocken und blättere noch ein wenig weiter. Nächste Woche Donnerstag um zwölf fahre ich fort und überschlage kurz im Kopf, ob ich es wirklich schaffe, den Murmler zwischen zwei Patienten zu schieben. Ich würde mich ganz schön krumm machen müssen, aber es könnte funktionieren. Bin ich in einem Meeting? Samstag, antwortet er knapp und hat vor Empörung darüber, dass er keinen seiner Wunschtermine bekommt, glatt vergessen zu murmeln. Ist Wochenende, antworte ich ebenso knapp. Das ist mir heilig. Basta. Er schnaupt, anscheinend fassungslos. Offenbar lebt er in dem festen Glauben, dass die Welt ihm zu huldigen hat. Und das auch samstags. Aber da kann ich leider nicht mitmachen. Sie arbeiten nicht am Wochenende, fragt er. Pure Empörung liegt in seiner Stimme. Nein, ich gönne mir den Luxus von Freizeit, antworte ich wahrheitsgemäß. Dann gönne ich mir jetzt den Luxus, mir jemanden zu suchen, der den Dienstleistungsgedanken etwas stärker verinnerlicht hat, giftet er mich an und schnaubt wieder. Ich antworte freundlich. Machen Sie das, Herr Dr. Ravensbach. Seufzend lege ich auf und befasse mich nur wenige Minuten später mit einem lädierten Kniegelenk. Das Knie tut mir ganz gut, denn endlich hat das Ziehen zwischen Magen und Herz nachgelassen und meinem Feierabend steht nur noch eine Joggingrunde um den Baggersee im Wege. Ich betreue nämlich nicht nur Plattfüße und Rückenschmerzen auf Rezept, sondern habe mich so nebenbei auch noch auf den Kampf gegen das Bauchfett spezialisiert. Personal Coaching nennt sich das und ich erstelle ausgeklügelte Fettverbrennungsprogramme, die es in sich haben. Meine Bauchbeine-Po-Fraktion besteht heute allerdings nur aus einem Herrn und der steht in 30 Minuten bereit, um sich von mir um das Gelände des Freibads treiben zu lassen. Kapitel 3 So nicht Ich schlüpfe in meine Laufschuhe und stürme auf den Hof unseres Fachwerkhauses. Wir gehören nämlich zu den wenigen in der malerischen Altstadt von Hameln, die über hauseigene Parkplätze verfügen. Aber damit nicht genug des Luxus. Wir haben auch noch drei Garagen. Die bestehen zwar aus Wellblech und sind zu allem Übel dottergelb gestrichen, womit sie an Hässlichkeit kaum zu überbieten sind, aber sie sind sehr nützlich. Ich teile mir eine mit Dr. Grosser. Wir lagern dort unsere Winterräder, Reisekoffer, saisonal bedingten Hausstand, vermutlich um die acht Millionen Weihnachtsbaumkugeln und Dinge, die man nicht mehr braucht, aber irgendwann mal wieder brauchen könnte. Leider steht unsere kleine Parkoase an erster Stelle der Weltrangliste der beliebtesten, unpassenden Parkplätze. Vermutlich knapp vor Feuerwehreinfahrten und in zweiter Reihe parken. Mehrmals wöchentlich stellen Menschen ihren Wagen direkt in unserer Einfahrt ab, womit wir vorübergehend Gefangene unserer kleinen Oase sind. So natürlich auch heute. Ich werfe einen kurzen Blick auf die Uhr. Es könnte knapp werden mit der Joggingrunde, deswegen tue ich, was ich in diesem Fall Immatur. Ich hupe. Lang, kurz, lang, lang, viermal kurz. Mehmet, der Besitzer des Dönerladens neben uns, kennt das Spiel schon und biegt freudestrahlend nach einer Minute des Hubkonzerts um die Ecke. Sonst ist er schneller, aber heute musste er wohl erst noch schnell einen vegetarischen Döner, seine Spezialität, verkaufen. Er strahlt stets, weil er mein persönliches Festsitzen in der Einfahrt gern für einen kleinen Smalltalk mit mir nutzt, wobei er redet und ich nicke und hupe. Zugepackt, beschreibt er die Situation wie immer sehr pointiert, während er sich zu mir ans offene Fahrerfenster lehnt. Pissar Scheißdreck, sage ich. Auch das wie immer sehr treffend. Muss du warten. Er blickt angestrengt auf den Opel Corsa mit Blümchen am Heck, der dort unter unserem Torbogen steht, als würde das die Sache abkürzen. Aber die Erfahrung lehrt uns, zwischen zwei Minuten und zwei Stunden ist alles drin. Ich hupe weiter. Nach drei Minuten erscheint Dr. Grosser und stellt sich mit bösem Blick und verschränkten Armen vor das Corpus Delicti. Dreißig Minuten später erscheint Margarete in einem hellblauen Hosenanzug und klopft Mehmet freundlich auf die Schulter, während sie mir wortlos einen Riegel Vollmilchschokolade mit Nüssen reicht. Wir sind ein eingespieltes Team. Margarete und Mehmet beginnen eine angeregte Diskussion über die deutsche Straßenverkehrsordnung, insbesondere den ruhenden Verkehr, während Dr. Grosser sich an diversen sehr bösen Gesichtsausdrücken übt. Das muss am PKRS liegen, sonst stimmt er immer mit ein und bejammert die schlechten Sitten in Deutschland. Dass er böse guckt, kenne ich jetzt nicht so von ihm, aber seine Mimik ist durchaus sehenswert. Als er gerade bei wilder Stier mit deutlichen Tötungsabsichten, vielleicht auch Achtung habe Kalaschnikow in der Tasche, angelangt ist, nähert sich uns eine junge Frau und schließt kommentarlos das falsch parkende Auto auf.